Hey zusammen, ich habe mir vor einigen Tagen den Xiaomi Wasserkocher Pro gekauft und möchte euch in diesem Video kurz und knackig meinen Eindruck des Geräts vorstellen. Wie bei Xiaomi üblich, kommt der Wasserkocher in einer schlichten weißen Verpackung daher. Zwischen dem beigelegten Handbuch und Füllmaterial finden wir den Wasserkocher und den Sockel. Der Wasserkocher hat eine matte weiße Kunststoffoberfläche mit Edelstahlelementen. Im Griff befindet sich ein Display, welches die aktuelle Innentemperatur des Wasserkochers anzeigt. Unter dem Display befinden sich zwei Knöpfe, einmal Boil, also Kochen, und Keep Warm, also Warmhalten. Ganz oben im Griff ist wie üblich bei Wasserkochern ein Druckknopf positioniert, welcher den Deckel des Wasserkochers öffnet. Der Wasserkocher verfügt über ein doppelschichtiges Design mit einem Hohlraum zwischen der Innenverkleidung aus Edelstahl und der Außenverkleidung. Um vor hohen Temperaturen im Inneren zu schützen und Verbrennungen auch nach dem Kochen zu verhindern. Der Innenraum des Wasserkochers besteht komplett aus Edelstahl, ebenso der Deckel des Geräts. Heißt, alle Komponenten, die mit Wasser in Berührung kommen, bestehen aus Edelstahl. Die maximale Kapazität beträgt 1,5 Liter, welche mit 1800 Watt in etwa 5 Minuten zum Kochen gebracht werden können. Soweit zum Aussehen und zu den Daten. Schauen wir uns jetzt mal die App an. Um die zusätzlichen Funktionen freizuschalten, wird die Xiaomi Home App benötigt. Mit dieser könnt ihr ganz einfach euer Smartphone per Bluetooth mit dem Wasserkocher verbinden. In der App könnt ihr hauptsächlich die Warmhaltefunktion des Wasserkochers einstellen. Also, welche Temperatur soll wie lange warm gehalten werden. Ebenso findest du hier die aktuelle Temperatur des Wassers im Wasserkocher. In den Einstellungen des Wasserkochers kann man noch konfigurieren, dass nach dem Kochen automatisch die Warmhaltefunktion aktiv wird, welche ich durchaus als sinnvolle Funktion sehe. Leider lässt sich über die App der Kochvorgang nicht starten. Diese Funktion wird vermutlich aus Sicherheitsgründen auch nicht per Update nachgereicht. Ich habe ebenfalls den Xiaomi Induktionsherd und den Xiaomi Reiskocher, welche sich ebenfalls nicht über die App starten lassen. Da bei dem Wasserkocher auf Bluetooth als Verbindungsprotokoll gesetzt wird, lassen sich leider auch hier keine Automationen in der Xiaomi Home App damit erstellen. Mein Fazit. Wer einen soliden Wasserkocher sucht, bekommt mit dem Xiaomi Wasserkocher Pro ein gutes Preis-Leistungspaket. Die zusätzlichen Funktionen der App sind zwar nett, werden von mir jedoch im Alltag nicht verwendet. Etwas schade finde ich auch, dass der Wasserkocher keinen Kalkfilter verbaut hat. Einige Online-Shops verkaufen auch die chinesische Version des Wasserkochers, welche einen anderen Stromstecker besitzt und auch keine CE-Zertifizierung hat. Von dieser Version würde ich jedoch abraten, da die EU-Version mit dem typischen Schuko-Stecker gleich teuer ist. Ich habe meinen Wasserkocher über Amazon bestellt, welcher mit dem gewöhnlichen Schuko-Stecker daherkommt. Du findest den Amazon-Link zum Xiaomi Wasserkocher Pro in der Videobeschreibung. Wenn du dich für das Thema Smart Home interessierst, dann abonniere doch gerne meinen YouTube-Kanal für regelmäßig neue Smart Home Videos. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao!